Ja, herzlich willkommen zu Outlast, Whistleblower, Sipendia, Marabee, Entschuldigung. Ich muss mich in diesem Let's Play ein bisschen anpassen. Ich erinnere mich zurück an eine Zeit, wo Hand of Blood noch 1000 Abonnenten hatte und nur Horrorgames Let's Played hat. Ja, diese Zeit kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr oder ich sag mal 90% von euch nicht mehr oder noch mehr. Vorwarnung, wenn ich Horrorgames Let's Played, bekommen meine Zuschauer sehr oft Albträume und zwar nicht nur wegen dem Spiel. Ja, und Tinnitus. Was erwarte ich? Outlast war für mich das Spiel, was mich so hirnlich gefickt hat, wie kein anderes Spiel vorher. Ich mein, Penumbra war egal. Ja, wir starten einfach mal. Und ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich bin komplett ungespoilert. Ich habe, ich wollte es unbedingt, das kann man glaube ich Mai raus, April, Mai. Wollte es unbedingt spielen, aber auch unbedingt wollte ich es Let's Playen. Und ich habe es geschafft, nicht mal einen Trailer zu gucken. Ich habe nicht mal einen Trailer geguckt. Ich bin, ich weiß gar nicht, was kommt. Und Null. Oh. Ja, das ist auch interessant an dem Spiel, dass es bei Normal anfing mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, also ich muss sagen, beim Outlast Let's Play fand ich es sehr gesund, den Schwierigkeitsgrad. Wir machen mal Normal. Weil Normal ist halt Normal. Ne? Ich mach das einfach mal. Würde es leicht geben, würde ich auch Normal machen. So, versteht er? Ich mach jetzt Normal. Ich mach das einfach mal. 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 1-2-2-3-1 Be身ren die Augen Wir sollten nicht auf sein, aber abholt die Augen Was ist passiert? Wer hat einen Quarieren Kuss? Hier, ich helfe dir. Oh Sie kennen mich nicht, ich muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Merckhoff Psychiatricsystems im Maulmess, auf dem ich gerade alle mögliche... Blablabla, schreckliche Dinge passieren. Okay, wir sind ein Typ, der gerade berichtet, was hier für Scheiße läuft. Gut, mehr brauchen wir gar nicht wissen. Und wir haben ein wackelndes Knie. Schreckliche Dinge gehen vor sich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe, Doktor... Ah, okay, alles gut. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Merckhoff Psychiatricsystems in Mount Massive tätig. Bereche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit dem Kern. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, vielleicht, er verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Merckhoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Irgendwann kenne ich diesen Text. Oder? Ich glaube, das ist der Text, den man ganz am Anfang von Outlast bekommt. Da gab es immer so Notizen, wo ein Typ uns gesagt hat, und der sind wir jetzt. Ich werde cool. Ich werde cool. Mach zu, mach zu, mach zu. Hi, ich bin Max, aka. Boah, Alter, ist das empfindlich. Hi, na? Ja, äh, Alter, ist das echt übel empfindlich. So, was haben wir hier? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gut, ähm, boah. Ich muss mich erstmal an die Mausempfindlichkeit irgendwie gewöhnen, das ist echt übel. Gut, moin! Na? Das Bild ist so krisselig. Äh, ich weiß, wie man das wegmacht. Das gab es beim ersten Teil auch schon, das ist voll die Scheiße. Äh, das ist irgendein cooler Effekt, den kein Mensch haben will. Wie ging das nochmal? Äh, ich hab's gleich. Das war richtig gestört. Nee, das musste man außerhalb vom Game einstellen. Ich werd das fixen im nächsten Part. Ihr seht das, das ist so ein bisschen krisselig. Ich werd das fixen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das fixen kann. Vielleicht auch nicht. Wie er geht's? Ach, das kommt mir auch bekannt vor, Mensch. Haha, hier war ich schon mal, wo ich betrunken war. Ja, schaut euch unbedingt Outlast 1 an. Das war, also sechs Stunden, dann ist es auch durch. Genau, schön mal einen Abend gemütlich machen. Und richtig schön leiden. So, hier ist rot, hier ist rot. Crazy. Moin! Ja. Alter, Leute. Weil mein Page voll Scheiße ist. Hier lang? Hi, na? Kann man auch, genau, man kann auch rennen. Hi, na? Ah, hier war das Finale von Outlast. Kann es sein, dass das... Dass das... Während den Geschehnissen oder kurz vor den Geschehnissen von Outlast spielt? Moin! Na? Oh, du hast aber dicke Lippen. Hm. Und ich mein, nicht dein Mund. Moin! Na? Schön, oh, der da ist, na? Schick Uniform, so. Ja, der Stuhl blinkt. Da müssen wir bestimmt drauf. Nicht, der blinkt einfach nur, weil Silvester ist. Hi, na? Darf ich hier? Nee, schade. So. Das ist ja cool. Cool, ja. Ich glaube, wir müssen doch auf den Stuhl. Der blinkt so schön. Hallo, na? Ich möchte diesen Stuhl bitte besetzen. Ah, hier? Irgendwie? Ah. Es geht irgendwie um Traumtherapie und... Oh, was geht denn jetzt? Was ist los? Oh. Ja, ja, wir sind happy. Steve? FMRI ist still dark. Also das sind alles Freaks, hier kann das sein. Ich bin... Ja, ich bin ich. Bin ich. Oh, da rastet gerade einer aus. Ich werde mich vergewaltigen. Alles klar. Ja, er macht das. Ne? Ich, äh, programmiere hier weiter. Alter. Wat? Oh, die mongoleppe. Ja. Alter, das ist Billy, oder? Ne, Eddie. Alter, guck dir den an, was mit dem passiert. Habt ihr es gerade gesehen? Oh Gott. Da. Der kriegt voll die üblen Blutergüsse, oder... Ja. Alter, du hast auch ein... Geh dich mal rasieren, du Mongo. Und du? Hä? 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 Okay, ich gehe ja schon. Na? Tschüss, Lippe. So. Ja, äh. Aber die haben alle so eine Lippe. Das ist ja schön. Es sind die... Lippenpolizisten. So. Hi, ne? Habt ihr in meinem Büro. Ha, ha, ha. Ja, ne? Wow. Nicht so schön. Stürmig. Wow. Die haben mich erwischt. Es leckt. Ne, doch nicht. Das ist einfach so. Consulting Contract 8208. Software Engineer with a Level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Ja, ist, äh, ja. Ja, ist, äh, ja. Entschuldigung, ist, äh, ja. Ja, ist... Ja, ist... Einweisen? Nein, nein, nein. Wat? Der Mongo-Lippe, du. Glaub den Lippen nicht. Nein. Glaub den Lippenboys nicht. Das, äh... Tja. Äh... Hey! Puts! Boah, Alter. Einmal reicht doch. Wollen wir nicht gleich die Nase eindrücken. Whistleblower! Ah! So. Ja. Oh, es geht weiter. Kino. Ach, und jetzt sitze ich mir hier. Genau, zwei Stunden später. Schön. Leck mir das Ohr, du. Nice. Was mit meiner Rose? Alter Schwede, ey. Die haben mich übel gerippt. Ah, jetzt sind wir ja selber so ein verrückter Boy. What the fuck? Ah, das ist der, der, der Ding, der Dings, der, der, der... Ah! Äh, Licht an, bitte. Ich sehe nichts. Äh. Hi. Ich bin... Ich muss hier raus. Darf ich... Ah, nee. Da ist doof. Wo? Ich schaff das. Ich schaff das. Hier? Hallo? Oh, hier ist, äh, ein bisschen... Blut! Ha, 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 ha. Ne, Kamera. Kamera. Kamera ist gut. Oh, ich habe gerade irgendwas bekommen. Notizen. Sollte ich sterben? Schön. Ich habe es verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden, Vergangenen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir leid. Gut, wer ist Lisa? Was ist der Antrieb? Statik in mein Hirn? Was? Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier darauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich habe es verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe sowas von verkackt. Haben wir das gerade gefunden? Wir haben gerade eine Kamera gefunden. Aber da war ein Zettel anscheinend dran. Ich habe es nicht mitgekommen. Ha, ha, ha. Ich will wieder Pause. Dokumente. Nein. Ja. Äh. Wie komme ich raus? Da ist eine Tür. Ich möchte diese... Was ist das? Shit. Ich bin kein Blümchen. Ich bin auch kein verficktes Blümchen. Wie komme ich hier raus? Shit. Shit. Jetzt geht es direkt gut los, Leute. Das geht gut. Aja, ja, 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 ja. hier ist ne Sackgasse ich hab keine Lust mehr erste Folge es geht ab ach so, wenn ich hysterisch werde, dann singe ich sehr oft ich renne jetzt einfach durch oder war er? ich bin weg ich bin weg ich bin weg der 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 krasse ich hier rein bitte nein okay hier rein ja ich sehe nichts und das bed of doom nein hier ist viel blut ich viel blut ich hab arsch leck pisse aus meinem arsch ich schwitz wie sauer ich hab outlast so vermisst ich ja ich gehe wohl dann wieder raus hier lang hey wer seid ihr okay ja 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 ausdrücken ich bin bald auch zu machen zu kurzem aus im jahr ist es r r mehr und nicht direkt Prozent ja dann Prozent würde ich gerne jetzt gehen. Hi, du hast ein großes Auge. Ah, hier lang. Danke. Ja, ha, ha. Es leuchtet. Was ist, wenn es leuchtet? Wow! 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 Äh, ja, nachher. Oh, Tür zu ist... Ah, jetzt hab ich mich wieder. Haha, ja. Geh, bleib draußen. Oh Gott. Ruhig, Max. Ruhig, wir schaffen das. Oh, hi. Na, äh, ja. Ich mach dir mal zu. Danke. Nein, nicht auf, nicht auf. Lass die Scheiße zu. Ich hab ein Problem. Wo lang? Hier lang. Wie kann ich klettern? Ah, so, genau. So, zack und hoch. Haha, wir sind sicher. Ja. Ja, äh. Ja, äh. Ja, äh. Äh, ja. Outlast ist super toll. Hab's vermisst. Einwandfrei. Haben wir irgendwas? Sollte ich sterben? Ja, das ist... Ja. Erste Folge, Leute. Ich... Meine Nerven sind jetzt schon. Und nass ist mir auch. Ich... Ha, ha, ha. Ah, mh. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich werd versuchen, das Kriseln rauszukriegen, weil das ist ein bisschen nervig. Ja. Gut. Dann... Bis die Tage. Es läuft grad ne Abstimmung auf der Facebook-Page. Bis heute Abend. Ob ihr am Wochenende jetzt lieber noch zwei zusätzliche Folgen Outlast haben wollt. Oder Heroes of the Storm. Ansonsten, falls nicht, sehen wir uns Montag wieder in Outlast. Bis denn. Und guckt Outlast 1. Ich, äh... Qualitativ... Also mit meiner Cam ist das halt noch nicht so cool wie jetzt so. Aber ansonsten... Durchaus sehenswert. Ja, da hab ich noch ein komisches Intro, glaub ich. Haha. Ja, bis dann. Haut rein. BAAAH!